Hi, hier ist Gunnar von Kalima Kiteboarding. Ich zeige euch heute mal wie das neue MBS Twister-Felgensystem funktioniert. Ganz einfach, man braucht keine Schrauben mehr. So kommt die Felge aus der Box raus. Einfach auseinander schrauben, den Reifen nehmen, den vorderen Teil einfach festmachen, sitzt da jetzt drin, den unteren Teil nehmen und einmal festdrehen und schon ist die fertig. Aufpumpen, aufs Bord und wieder fahren gehen.